Hallo und moin Freunde des Brick & Boss. Herzlich Willkommen bei Monster of Game Brick Bauer 1. Heute ist es ja soweit Minimal Money Day und ich zeig euch heute das Set 60251, den Monster Truck. Süßes kleines Set aus der City Reihe. Ob er in einer Stadt stehen darf oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn noch nirgendwo gesehen, das habe ich also noch nicht in den Reviews dazu angesehen. Ich würde sagen, wir bauen das Ding erstmal auf und machen selber ein Bild. So, da ist das gute Stück. Und wir wollen nicht lang schnacken. Haben wir ja schon gemacht. Ich habe das Gefühl, ich versage wieder beim Öffnen der Box und zerhacke sie vollkommen. Zumindest schneit es. Was haben wir hier? Keine Anleitung. Doch, da ist sie. So, Karton ist leer. Schaden geht sogar noch. Zwei Tütchen. Ich will auch alles raus haben. Bis jetzt bin ich überrascht und froh, weil bis jetzt habe ich noch keine Sticker. Steckt auch nichts da drin. Wir haben... Was haben wir denn hier? Komm her. 23 Schritte. 28 Seiten. Also, ich würde sagen, ein kurzes und schickes und knackiges Set. Jetzt fangen wir an mit dem Fahrer. Der Fahrer. Da ist er. Drei Tagebart, unrasiert. Kommt keine Frau vorbei, knutscht ihn. Wer die ganze Zeit den Helm auf hat, vielleicht stinkt er auch ein bisschen. Man weiß es nicht. Jedenfalls, das ist der Fahrer. Schöne Figur. Rückenprint. Alles gut. Gehen wir an den Wagen per se dran. Fangen wir an. Und geben dem guten Stück. Erstmal eine Achse. Das finde ich auch immer geil. Sofort. Plate. Das hat das Bombenfest. Das kriegst du so nicht mehr auseinander. Klar kriegst du es auseinander, aber ihr wisst was ich meine. Das ist stabil und hält erstmal von 12 bis Mittag, aber Mittag am nächsten Tag. Im schlimmsten Fall. Nur. Naja. Ach, ich habe heute ein klar ungefrühstückt. Warum auch immer. So. Schon fast ein fertiges Auto. Ich war noch nicht da, aber man könnte mir vorstellen. Klischee mäßig. Im Ostblock hätten wir schon als fertiges Auto verkauft. Oh, jetzt kommen halt Kommentare. Nein. Ist nur Spaß. Ihr wisst das. Und von daher. Habt ihr keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch nicht früher mal gebaut habe. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit immer voll Bock auf das Set. Hab dann schon ein bisschen hier rumliegen. Hab aber nie was gemacht. Warum auch immer. Hier sehen wir ein paar Formteile. Also das Set ist bis jetzt für mich sehr nah an 4 Plus dran. Aber für 4 Plus hätte man glaube ich größere Formteile nehmen müssen. Oder man hätte sie genommen. Man hätte zum Beispiel das Chassis unten gar nicht erst zusammenbauen müssen. Sondern es wäre wahrscheinlich ein Teil gewesen. Oh, das finde ich auch interessant. Hier sind halt diese Szene dabei, die man so aus Hidden Side kennt. Das heißt, wenn einer was bauen will oder für Hidden Side oder wie auch immer. Man braucht noch ein paar Szene. In dem Set sind sie drin. Günstig für einen 10er UVP. Das heißt, das Set kann man schon ein bisschen günstiger bekommen bestimmt. Ich verweise auf die Lego Preisvergleichsseite BrickMerch.de Von der ich leider immer noch keine Tasse habe. Aber ich bin sicher es kommt noch. Hashtag Tasse für Modnoff. Das ist mein Lieblings Hashtag aus Building Bricks for Happiness aus der ganzen Zeit. Man fragt sich warum. Die finde ich cool. Die Motorhaube finde ich richtig cool. Hat etwas vom Monster, Tiger oder die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Hat definitiv etwas. Nicht nur Scham. Sondern auch den bösen Blick. Böses Auto. Auto schon komplett. Was machen wir nun? Hier sieht man muss darauf achten. Hier sind halt Löcher. Und hier halt nicht. Um den dann richtig zusammenzubauen. Gucken wie ihr die Felge macht. Weil die Felge kann man einmal von der Seite, das ist die Seite die wir nutzen werden. Aber von der Seite, das ist was für Speed Champions oder sonst irgendwas. Ja das heißt, da muss man schon mal kurz aufpassen, wie herum man die reindrückt. Das ist aber alles kein Problem denke ich. Wir haben alle schon mal Reifen angebracht. Und wenn es nicht bei Lego ist, vielleicht beim eigenen Auto oder bei Fahrrad. Oder im Zweifel auch bei Playmobil. So. Zack. Jetzt ist das schönes kleine Auto-Control fertig. Man nimmt halt wie üblich das Dach mit Windschutzscheibe ab. Setz den Katzenbändiger da rein. Und dann. Kann noch rückwärts. Kann noch rückwärts mein Screen hochfahren hier. Oh plumps, umgefallen. Auf jeden Fall ein schönes Set. Klein, fein, für zwischendurch mal was mitnehmen. So geil. Es bleiben halt eine kleine Handvoll Ersatzteil über. Gelb, schwarz. Irgendwie eine doofe Kombi finde ich. Und ein Ersatzvisier. Irgendwie wo Helme drin sind, sind immer Visiere dabei. Ansonsten finde ich auch den so auf den ersten Blick gar nicht mal schlecht. Gut. Die Linienführung hier gefällt mir jetzt nicht so gut. Das war ein bisschen kantig und da hat man noch so ein Loch. Hinten ist er so offen. Aber das ist wie gesagt ein Stunker, ein Monster Truck. Die sind ja nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Genauso wie hier die Kante in der Windschutzscheibe hier. Die sind wirklich in dem Sinne für Show-Effekte da. Und deswegen. Kann ich den flippen lassen? Mal gucken, ob ich den hinkriege. Oder auch nicht. Na ja. Egal. Ihr seht auf jeden Fall das Set. Man kann damit ein bisschen Spaß haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Ein Like da. Das ist der hier. Und auch die Glocke nicht vergessen, wenn ihr ein Abo da gelassen habt. Weil dann sehen wir uns bestimmt irgendwann bald wieder. Und wenn nächstes Kram von mir kommt, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Ansonsten sehen wir uns bestimmt wieder zum nächsten Minimal Money Day. Und bis dahin. Ciao. Ciao. 4 5 6